Ja, ho ho ho, Weihnachten ist ja schon vorbei. Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Update meines LS15 Mapbau. Es ist schon eine Weile her, dass ein Update bezüglich des Fortschritt des Mapbaus kam. Deswegen hier ein kleiner, jedoch intensiver Einblick in meinen Mapbau. Es hat sich viel, viel, viel getan, würde ich jetzt mal behaupten, weil im ersten Video sieht man ja noch nicht so viel. Ja, ich mache das jetzt ein bisschen russisch hier. Wie ihr sehen könnt, eine BGA ist verbaut, die Schafweide ist verbaut, der Hof ist soweit fertig und verbaut. Es sieht alles, glaube ich, schon nach einer Form aus, sozusagen. Wie gesagt, es hat sich viel getan. Ich habe echt einige Stunden investiert und gebaut und gebastelt und klar, viele erkennen hier jetzt wieder einiges aus der Original-Map wieder. Naja, stimmt schon, muss ich zugeben, habe ich absichtlich so gemacht, weil ich finde das ein oder andere ja nicht so schlecht von der Original-Map. Deswegen habe ich da auch bewusst das so genommen. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt direkt ein großes Problem sein wird, hoffe ich zumindest. Im Endeffekt habe ich ja noch keinen Plan, was ich mit der Map mal anstellen werde. Ja, wie gesagt, es ist noch viel grün, aber auch schon viel verbaut. Ja, ist ein winziger Teil, denke ich so. Aber man kann relativ, ja, relativ viel schon erkennen, würde ich jetzt mal behaupten. Es soll ja noch landwirtschaftliche Nutzfläche ja noch vorhanden sein, deswegen hier noch einiges grün. Die braunen Stellen übrigens wird mal überall Wald sein. Da drüben wird es dann ganz viel Wald geben und hier eben, wer fällt da? Entschuldige. So, hier sollte dann eben ein Bahnhof mit Sägewerk, also an einer Stelle, entstehen. Das habe ich vorgestern angefangen. Wie ihr seht, ist noch nicht fertig, noch nicht angeschlossen, sozusagen an Straßennetz. Das kommt aber auch noch. Ja, das ist eben der momentane, aktuelle Stand und hier wird eben der östliche Teil, der bewaldete Teil entstehen. Also hier werden noch viel mehr Bäume platziert. Ich glaube, das wird dann ganz schick werden und gut aussehen. Hoffe ich zumindest. Ja, das war's auch schon wieder von der kleinen kurzen Vorstellung hier, nur um euch einen Einblick zu gewähren. Also bleibt weiterhin dran und ich hoffe, ich kann das nächste Update früher bringen. In diesem Sinne einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, bye.